TORI 2 TV, das Branchenfernsehen. Das wollte ich als Kind werden. Ich laufe vor allem groß und stark. Der beste Rat meiner Mutter. Die hat so viel gesagt, das kann ich nicht mehr auseinander puzzeln. Das ist eine Gesamtweisheit, die sie an mich übertragen hat. Ich habe unterschätzte Talente als? Barista. Ich mache einen sehr guten Kaffee und das ist auch ein wesentlicher Teil unserer Personalbesänftigungsstrategie. Meine heimliche Schwäche. Die bleibt heimlich und das ist auch besser so. Mein Vorbild als Medienmacher. Erich Köstner. Mit diesem Spruch würde ich für mich werben. Der ist gar nicht so schlecht. Das will ich am Tag meiner Beerdigung auf keinen Fall hören. Er hätte auch mal ein bisschen früher kommen können. Erich Köstner. Erich Köstner. Erich Köstner. Erich Köstner.